jo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge sims 4 und auch zu zweiten advent alles klar ja dann herzlich willkommen und einen schönen zweiten event euch allen ja er hat leider wieder so parasitenproblem unter seinem bett da hängt den tag nun raus an die mögen es vielleicht aber ich kann verstehen dass er aber nicht so dass es rede darüber redet damit so rum so reden wir reden wollen wir reden im monsternbetrennen sowohl energie ist ja voll eigentlich ist er weg so alles klar na komm hier gehen wir dann gefühlvoll spielen üben so was kann weisset auch beschwolling man bis hin Oh, ich muss gleich zur Schule gehen. Oh Mann, muss ich sich ja vorstellen. Halb angezogen. Kein Charme, die Frau. Was ist das für die Schule, denke ich. 25 Minuten bis zum Unterricht. So. So, gehen wir mal auf Toilette, so hinterwaschen. Gut, dass es sich dabei nicht aussieht. So. Nog die jetzt. Ich hinkomme am Computer. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann muss ich zur Schule. Ja, so. Tschüss. So, bis später. Der Junge ist erstmal zur Schule. Können Sie sich um die kümmern, die... Diesem Buch. Wir sollen aber jetzt nicht um Geld kümmern. Hm. Oh, wir wollen uns ja nicht einmischen. Weitgehend. Lassen wir einfach. So. Beschleunigen wir. So. Jetzt habe ich vergessen, die Wandersmusik anzumachen. Sehr schlau von mir. Passwort zugestellt. Äh, ja. Wenn er zurück ist. Kann er ja auch nicht. Rechnung. So, dann beide weg. Okay. Über die Rechnung kann sie ja nur bezahlen. So. Aber wir passen los. So, Timo, die Klasse, Kameradin Luisa, also sich einladen. Ja, warum denn nicht? Komm zu mir. Also. Sieh da? Er kann nix machen. Okay. Okay. Also ich komme einfach rein. Freundlich. So, zack. Vorbe. Was macht er so einen Bußboden? Okay. Ich mache da eben halt beides, ne? Was ist hier? Okay. Ich habe jetzt beschleunig gemacht. Oh, die sind ja das Essen, der in der Müll. Ah, na super. Ah. Vorbeige, äh, lalala. Kennenlernen. Oh, wir wollen kennenlernen. Und danach hier, äh, aufforben. Kann ich aufholen? Was macht was hier dabei? Was machen wir? Was machen wir? Was hier in der Stadt findet, das? Was ist das? Schräger Humor und klasse DZ-Fistik. Ich klicke auf alles für dynamische Schilder in der Stadt, wo mehr zu erfahren. Hm, wir wollen das nicht. Können wir mal was nicht drum. So viel zu tun, so viel zu tun. Ja, das muss ich auch nicht von ihr wegmachen. Und dann. Gehen schon, nein. Gehen vorsichtig zu arbeiten. So. Jetzt müssen wir das Aufgaben machen. Was machen wir danach? So. Hunger hat er. Jetzt können wir uns gleich drückkümmen. So. So. So, hoffentlich hat er sich um die Ohren fliegt. Was hat er da baut? Und hier fehlt ein bisschen Musik. Ein kleines Radio. Gehen wir ein kleines Radio hin. Ich weiß nicht, wo ich das entstanden sollte. Radio, Radio, Radio. Radio, 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 Radio. So, Oberflächensanitären oder Elektronik. Musikboll muss ja nichts Großteures sein, was Kleines. Was Kleines? 200. Aber teuer. So, was ist das? 300. So ein Ding hatten wir schon mal. Was kostet das Ding? 1000. 150. Spaß 1. Zuverlässigkeit 3. Spaß 1. Zuverlässigkeit 3. Was kostet 200? Das kostet 250. Auch nur Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit 4. Auch nur Spaß 1. So rum. So. Aber ich muss ja. Ich muss ja einschalten. Nein. Vielleicht muss ich mal auf Spiel zurückschalten. Halt schon, was haben wir denn? Stadtgespräch, Alternativ, Grusel, Kinderkanal, klassisch, Pop. Kein Weihnacht. Ah, klassisch. Leider keine Weihnachtsmusik. Schade. Schade. So, beschleunigen wir mal den Bau hier. Mhm. Ah, sie ist zurück. Sie müssen wir auch erst mal die Rechnung bezahlen. Raus, 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 raus. Hier, Rechnung bezahlen. Ach du, warum? Rechnung bezahlen. So. Dass das Geld auch gleich erstmal wieder weg ist. Siehst du? Tschüss. Super. Aber Rechnung ist bezahlt. Ich muss raus. Danke. Tschüss. Ja, hast uns eh nicht für so alles geholfen. Ah. Er ist so so beschäftigt mit seinen. Schulprojekt. Und da muss er noch Zusatzhausaufgabe machen. Ich hoffe, er lässt sich nicht gleich ein. Weil das ist schon auch ein Limit. Ah, das ist kaputt. Juhu. Hoppalein. So, warte geht's. So, uh, das ist ja schon alles runter. So. Was hätte ich denn? Noch nicht fertig hier. Oh, oh, alles geht runter. Neige. Musst du schaffen. Musst du schaffen. Er ist fertig. Ach so. Er hat's geschafft. Warte, ich habe seine Hausaufgaben hier schneller fertig. Hab. Oh, das ist ein Limit. Weiter, du bist noch nicht fertig. Kämpfe, Kämpfe, jetzt schaffst du. Komm, schaffst du. Oh, scheiße. Ne, ich zieh die Hände nicht, ja? Beckel. Oh. 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 so muss das essen schnell mal zeit ist man die schluss angebot und dann wird 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 hier ist er hier ist er nicht aber er sollte sich zumindest noch mal die hände waschen und den Zähnepotzen sagt. Wollen wir mal ihn schnell, indem du was gegessen hast. Hat er was gegessen? Oh, na toll. Dann bringt das ja mit den Zähnepotzen richtig was. Ich sag doch nichts zu. Lass uns schlafen gehen gleich, wenn er fertig ist mit Essen. So. So, okay. So, der Schuh schlafen. So, okay, warte mal. Das ist ja nicht Sinn, ne? Das ist ja nicht Sinn, ne? Kein Pass mehr. Und triff uns da ein. So. Alles klar, weiter geht's. Okay, schlafen alle. Lass mich mal schlafen. Spaß, das war sehr niedrig. Ist, äh, was ist das für ein Tag? Hm, so hieß es. Achso. Ach nee, zwei Stunden bis zum Unterricht. Okay, zwei Stunden bis zum Unterricht noch. Ah, ja, zwei Stunden bis zum Unterricht. Ach, wir sind zu den Insekten, okay. Und dann, was ist das für ein Tag? Okay. Wir sind immer noch. Okay. Ach, wir sind immer noch. Okay. So. Ach, wir sind ja. So, schnelle Mahlzeit essen, Joghurt Schreckt mal schön auf, herrlich Du hast jetzt 15 Minuten Zeit 14, 13, 12 Die Zeit rennt gegen Arbeit gegen dich, Junge So Jo, wo geht denn, die sind hier gut essen ganz Hier geht immer schlafen über Essen, verstehe ich nicht Okay, du bist irgendwie traurig Ich hoffe, das war jetzt nicht So So, erstmal schneller, das nimmt mir viel Zeit Achso, er ist schon zu schul, alles klar, hat schlechte Laune Ja, mach das Okay, mach ich jetzt kurz Hm, das ist ja nicht viel, ne Hm, das ist ja nix Okay So, mir passiert ja nicht Okay Vokanausbruch Wollt ihr schon der zweite Vokan, die wir haben, oder? Ne, doch nicht Ja, was heißt Ah, diese beruhliche Musik, was los? Bin dann voll Ach, schade Das ist die Bindern, ne? Also, der hier Ne? Ah Da kann ich nicht erlauben, ja Aber seine Energie ist unten Och Gott, wie er so eingeschlagen ist Ich kriege noch einen Aufräumen So Und dann, ähm So eine schnelle Mahlzeit essen Haben wir ja Jetzt habe ich hier nichts, ne? Ist vorbereitet hier Ich möchte mal schön essen Ich möchte mal schön sauber Ist total fertig, der Arme Also nur für sich erst mal beide Das ist jetzt erstmal nur so ein Glück Und So Äh, setzt sich da hin Wir sitzen hier Wenn so mitspielen Ja, mach den so mitspielen Kann er ja gleich haben Dann fällig ist Essen Schwein ich mal Das gute Lache Ist echt gruselig So Was ist es? Ja, schade Ach so, hier ist das alles auf Oh Oh Er ist willkommen Okay So Dann aufräumen Ja, hier ist das alles aufräumen Ja, hier ist das alles aufräumen Oh Ja, haben wir uns ein bisschen Musik gegönnt Ja, haben wir uns ein bisschen Musik gegönnt hier Das spielt klassische Musik Okay Ja, klar Machen könnte Wir können nochmal gucken Wir können noch mal gucken Wir ein Outfit nochmal durchchecken Ich hab noch ein paar Sets installiert Und gucken, ob wir da noch was machen können Hm, Outfit, Outfit, Planung Gucken wir mal Und danach gehst du wieder schlafen Gucken wir mal, ob wir da noch was tun können Können wir sehen Gucken wir mal Wirklich Ja, soll auch so bleiben So Gucken wir mal Das ist ein Nachtoutfit Da müsste viel mehr sein Aha Wir sind bei den Mädchen gelandet Die in den Overholz Schauen wir mal kurz durch Hm, die da sein sollen Irgendwie nicht da Ich muss sie wahrscheinlich auspacken, ne? Das sind Zipp-Dateien Die muss ich alle auspacken Erstmal Ah Okay Das werde ich tun Aber das mache ich dann erstmal unruhig Alles klar Dann lassen wir das einfach Wir verwerfen die Geschichte Jupp Sprechen ab Nicht übertragen worden Weil die noch gezippt sind Ah, ja Na, weiße Bescheid Alles klar So Ja Hör doch mal auf jetzt Hör doch mal auf So Alles klar Und dann Ja, zurück zum Hauptmenü Mitspeichern und Verlassen Also Bis demnächst in Kürze In, ja In einer Woche, ne? Alles klar Ciao Und euch Einen schönen zweiten Event Tschüss Tschüss Wo